BIRD, BIRD STORM NEM RANGE! Ja, habt ihr gut, der BIRD! Da war ich doch schon drange! Schande! Ich will lass den runter! Kein Problem! Kein Problem! Oh mein Gott! Halt auf, lass mich in Ruhe! Da ist die Fliegerpferde, komm schon! Da war ich vorhin auch schon drange! Au, au, au! Nein, ich bin tot! Ich bin nur 20 Jahre alt geworden! Was soll das? Juhu! Okay! Mach ich! Alles! Diesmal nochmal ist alles ein bisschen Ruhe, aber die Zern! Oh ja! Das ist genau das richtige Gerät für Flori! Oder? Komm schon, ne? Oh ja! Oh ja! Das ist ganz klar! Voll in Deckung am Arsch! Wo soll ich das denn hinbekommen? Oh ja! Oh ja! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Au! Au! Lass mich doch! Bözer Flieger, du Bözer! Dahinter ist das. Okay, nice. Dann nehmen wir das... 3, 4, haben wir! Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ah, na top! Ha, ha, ha! Oh, man! Oh, ja! Oh, mein Gott, ich kriege mich auf den Multiplayer-Modus-Proletz! Komm schon! Guck! 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 Was ist denn jetzt los? Kann ich aus denen eine eine Chance nicht hoffen wird? Ist ein bisschen bitter. Es ist ein bisschen bitter. Guck! Ach! Ich bin erschienen! Diese Böge noch nicht an, Mann! Meine scheißbombe, das ist doch nun da hier vorgeschöpft. Halt! Wie seid ihr? Na toll! Verfluchte Scheiße! Haha! Das war der Sonnenaufunter-Waterwahl-Aufgang. Oh, das ist wunderschön! Du bist okay? Ja, natürlich bin ich. Hör. Geh das. Das geht alles und alles. Okay. Ich komme hier runter und schaue es. Ich bekomme dir etwas Geld. Ich stehe dich auf das Problem. Ja, mach den Job und wir sehen uns. Okay. Es ist nicht so gesund. Ja, mach einfach mit einem schläfchen. Drei Einsatzziele raus, den ich wieder wählen. Meldebunker, oder? Dort. Wo geh ich? Was ist denn das? Ich glaube, ich geh mal zum Schiff. Gib mir eine Sniper, bitte. Nee. Ich werde erstmal ihn in den Acker-Platten machen. Dann werde ich ihn. Und dann habe ich Bock auf Flugzeuge zu schießen. Dass ich ein geiler Typ bin. Wir waren aber hier. Ah. 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 Toll. Das ist aber ein großes, großes Gerät. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Sniper, bitte. Bitte. Bitte, bitte. 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 Ich will nicht mal wieder ein Sniper finden. Hm. So, wo fahren wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich fahre erstmal da unten. Ich fahre erstmal da unten. Hö. Hö. Äaa. Uuuh! Da oben sitzen einer im Turm, das ist unfair. Ich kann da oben fliegen, aber nicht fliegen. Oh ja, das wollte ich haben. Oh nein, von wo, von wo? Oh ja, das ist unfair. Oh ja, das ist unfair. Tum, 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 tum. Kann ich mir fragen? No. Oh ja, das ist unfair. Oh ja, das ist unfair. Wuhuhu! Oh, Gott. Das war der Harking. Nice! Hab ich! Aber das sind alle oder was? Ich hört mir aber jetzt mal dieses Geilchen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Splitter-Gewandererwerfer? Nice! Will ich den? Nö! Was sollen wir fliegen? Vielleicht können wir mich sehen. Alter! Kommt euch los! Alter, los! Keine Ahnung, ich kann da noch ausfallen schütteln. Was ist denn jetzt, was ist denn das? Oh! Oh, ich glaube, die Mabes hat die Bombe. Oh! Oh! Oh, was ist denn hier das? Jetzt werde ich noch mal ein bisschen irgendwas zerstören. Ich könnte ja auch mal um die Fliegen gehen. Kann ich das? Darf ich das? Nein! Ach, scheiße! Oder doch? Ich filtriere die weiteren feindlichen Ganze. Und wie weit sind sie denn weg? 700 Meter in die Richtung? 600 Meter in die Richtung? Oh mein Gott! So weit! Fliege ich da jetzt hin? Nein, ich stütze eh sofort ab. Ich bin ja so ein Hecht. Das werde ich überlassen. Na toll! So! Oh! Weiß was wichtig ist? Äh, nein. Wie immer nicht. Okay, jetzt sind wir noch ein Meter in die Richtung. Oh! Die Tieren werden noch ein Meter in die Richtung. Hm. Wow, was war denn das? Ernsthaft jetzt? Das ist ein Boot. Ich bin zu Türen, den wir in den Bunker. Aber natürlich. Die andere Seite, wo die andere sind. Ja. 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 Nicht schlimm. Jetzt hab ich das. Oh nein. Das bringt mir nichts. Weil ich kann auf nichts schießen. Ich kann auf nichts schießen. Ich kann auf nichts schießen. Landärzt, ich brauch mal einen Wasser, Wasser Oh ja Ah, das ist auch nur, oh ja, den nehm ich auch noch mit Sooo, dahinter versteckt der kleine Oh, da sind die Tüter, yeah baby, ich hab keine Tüter Ich hab das keine Energie mehr, Mann Oh, was ist das? Oh nein Oh, was ist das? Wie geht ihr denn alle da? Sie sind weg! Okay, hier sind wir nicht in Menge, wir werden jetzt erstmal da Richtung Geldebunker runter, okay? Oh ja, da ist ja was, verdammt Das ist verdammt Ah ne Tüter, geht nicht Meldebunker betreten, okay, nice Oh Hallo? 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 Wir brauchen eine Evacuation, so... You know... Just... Don't leave us beyond Oh... 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 Oh...